Narzissten, die ausschließlich von ihren egozentrischen Zielen angetrieben werden, sind geschickt darin, ihre Mitmenschen zu manipulieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. In ihrem unerbittlichen Streben nach persönlichem Gewinn lassen sich Narzissten auf strategische Manipulationsspiele ein, die bei ihnen selbst tiefe emotionale Qualen verursachen. Bedauerlicherweise lenken sie diesen Schmerz auf andere ab, so dass es für sie schwierig ist, sich in den Schmerz ihrer Mitmenschen einzufühlen. Überraschenderweise sind Narzissten jedoch im Nachteil, wenn sie mit Sigma-Empathen konfrontiert werden. Wie ist das möglich? Empathen mit ihrer angeborenen Fähigkeit, andere tief zu verstehen und sich mit ihnen zu verbinden, werden oft zur ersten Zielscheibe für Narzissten. Sie besitzen alles, was der Narzisst sucht. Doch interessanterweise besitzen Sigma-Empathen die Geheimnisse, die diese Dynamik stören. Lassen Sie uns erforschen, warum Sigma-Empathen, die in ihrer Stärke und Unabhängigkeit einzigartig sind, eine besondere Energie ausstrahlen, die Narzissten abweist. Ihre Weigerung, sich der Manipulation zu unterwerfen, und ihre starken Grenzen können selbst die gäressensten Narzissten einschüchtern und abschrecken. Sigma-Empathen arbeiten auf einer anderen Wellenlänge, die der Narzisst nur schwer nachvollziehen kann. Die üblichen Taktiken des Narzissten verpuffen, da Sigma-Empathen sich weigern, sich in ihr Netz aus Täuschung und Ausbeutung verstricken zu lassen. Dieses Aufeinandertreffen der Energien deckt die Schwachstellen des Narzissten auf und veranlasst ihn, sich in eine defensive Haltung zurückzuziehen. Angesichts der unerschütterlichen Entschlossenheit des Sigma-Empaths ist der Narzisst gezwungen, sich mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten und Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Die Machtdynamik verschiebt sich, offenbart die Risse in der Fassade des Narzissten und befähigt den Sigma-Empathen, seine Autonomie zu behaupten. Es ist diese unachgiebige Stärke, diese Weigerung, sich anzupassen, die den Sigma-Empathen auszeichnet. Sie haben eine Standhaftigkeit in ihren Überzeugungen und Zielen, die Narzissten entwaffnet. Der Narzisst, der daran gewöhnt ist, andere mühelos zu manipulieren, sieht sich nun mit dem Rätsel des Sigma-Empaths konfrontiert. Hier ist also der Grund, warum Narzissten gezwungen sind, von Super-Empathen beherrscht zu werden. Nummer 1, die Befreiung der Sigma-Empathen als freie Geister Sigma-Empathen stellen ihre Autonomie über alles und entziehen sich so den Fängen von Narzissten, die mit ihrer Instabilität Emotionen manipulieren. Diese Selbsterhaltung ermöglicht es ihnen, die Kontrolle über ihre unmittelbare Umgebung zu behalten. Kann ein Sigma-Empath dem narzisstischen Griff entkommen und wirklich alle Verbindungen zu einem narzisstischen Partner abbrechen? Ist das ein realistisches Unterfangen? Im krassen Gegensatz zu Sigma-Empathen fehlt es Narzissten an Empathie und sie haben nur ein geringes Interesse daran, sich einzufühlen oder alternative Perspektiven in Betracht zu ziehen. Ihr Verständnis und ihr Respekt für die Entscheidung des Sigma-Empathen können schwinden, wenn sie auf manipulative Taktiken zurückgreifen, um Schuldgefühle zu erzeugen und ihr Verhalten zu beeinflussen. Die Beziehung zwischen einem Sigma-Empathen und einem Narzissten verschlechtert sich unweigerlich, was zu einer unvermeidlichen Trennung führt, da sich die beiden Leben auseinander entwickeln. Ungeachtet der unerschütterlichen Unterstützung, die ein Sigma-Empath bietet, schieben Narzissten die Schuld immer wieder auf sie, indem sie ihr eigenes Elend aufrechterhalten und sich auf Dominanz und Überlegenheitsspiele einlassen, um ihr Gefühl der Kontrolle zu festigen. Narzissten haben Probleme mit der Emotionsregulierung und greifen auf betrügerische Strategien zurück, um ihre Umgebung zu beherrschen. Selbstständig und selbstbewusst besitzen Sigma-Empathen eine scharfsinnige Wahrnehmungsfähigkeit, die sie in ihrer Entschlossenheit bestärkt, sich zu befreien und ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Sie weigern sich, in toxischen Beziehungen gefangen gehalten zu werden und stellen ihre Befreiung über alles andere. Nummer 2. Die unachgiebige Unabhängigkeit von Sigma-Empathen Sigma-Empathen haben einen angeborenen Widerstand, ihre Autonomie den Launen von Narzissten zu überlassen. Diese Menschen mit einem unerschütterlichen Sinn für sich selbst finden es schwierig, sich einer externen Autorität zu unterwerfen. Narzissten entwickeln eine irrationale Verachtung für diejenigen, die sich ihrem Willen nicht beugen und fühlen sich in der Gegenwart eines Sigma-Empathen machtlos und ausgeliefert. Ist es wirklich möglich, jemanden zu täuschen, der Manipulation strikt ablehnt? Wenn sie mit Versuchen konfrontiert werden, Meinungsverschiedenheiten zu zitieren, zeigen Sigma-Empathen unerschütterliche Hartnäckigkeit wie ein Schild. Sie bewachen ihre Gedanken, so dass es für jeden eine Seltenheit ist, Einblick in ihr Innenleben zu erhalten. Die vergeblichen Versuche des Narzissten, Kontrolle und Einfluss auf sie auszuüben, lassen sie sprachlos zurück. Anstatt Nachgiebigkeit und Duldsamkeit zu fördern, schürt der Narzisst nur den Unmut des Sigma-Empaths und verstärkt seinen unerschütterlichen Widerstand. Nummer 3. Die Verletzlichkeit des Narzissten provozieren, wenn ein Narzisst entlarvt wird, sitzt seine Unsicherheit tief. Sigma-Empathen erkennen diese Verletzlichkeit und wenden Strategien an, um sich in ihren Interaktionen mit Narzissten einen Vorteil zu verschaffen. Glauben Sie, dass es gerechtfertigt ist, die Wahrheit über diese Personen zu enthüllen, die für die Welt eine Fassade aufsetzen? Narzissten können mit ihrem kalkulierten Verhalten fesseln und bezaubern, indem sie eine verführerische Fassade aufbauen. Hinter ihrem charmanten Äußeren verbergen sich jedoch hinter Gedanken und verachtenswerte Handlungen. Ihre Gedanken und Handlungen werden ausschließlich von ihren unersättlichen Ego-Bedürfnissen gesteuert. Von einem Narzissten zu erwarten, dass er sich entgegen seiner selbstsüchtigen Art und Weise verhält, ist ein aussichtsloses Unterfangen, da er ständig danach strebt, die Dominanz über seine Umgebung zu behaupten. Sigma-Empathen, die sich dieser Manipulationen bewusst sind, können sich dafür entscheiden, ihre Erfahrungen öffentlich zu machen, um die allgemeine Bevölkerung vor ihrem Zugriff zu schützen. Nummer 4. Uneingeschränkte Kommunikation von Sigma-Empathen Sigma-Empathen besitzen eine unvergleichliche Ehrlichkeit, die es ihnen ermöglicht, sich ohne Hemmungen mit jedem zu unterhalten. Infolgedessen sollte sich niemand in ihrer Gegenwart herabgesetzt oder unwürdig fühlen. Im Gegensatz dazu überkommt Narzissten die Angst, sich mit jemandem zu unterhalten, den sie für kompetenter halten. Diese Angst rührt von dem Wissen her, dass die Aufdeckung ihrer Schwächen nur ihre eigene Inkompetenz hervorheben und sie zwingen würde, sich mit ihrer Zerbrechlichkeit und Hohlheit auseinanderzusetzen. Daher greifen Narzissten darauf zurück, die Qualitäten und Leistungen anderer herabzusetzen, zu schmälern und zu entwerten. Können die Täuschungsmanöver eines Narzissten jemals erfolgreich sein? Sigma-Empathen bleiben von den Äußerungen des Narzissten unberührt, sobald sie erkennen, dass sie allein die Macht besitzen, sich selbst zu definieren. Um ihre Fassade aufrechtzuerhalten, werden Narzissten jede Information, die ihrer aufgeblasenen Selbstwahrnehmung widerspricht, bequemerweise ignorieren oder abtun. Die emotionale Reife und Widerstandsfähigkeit von Sigma-Empathen macht sie daher geschickt darin, Narzissten zu verunsichern und von ihren manipulativen Strategien abzulenken. Nummer 5 Rationale Rechtfertigungen von Sigma-Empathen Im Gegensatz zu Narzissten besitzen Sigma-Empathen die Fähigkeit, ihr Verhalten rational zu rechtfertigen. Diese Gruppe zeigt ein Verständnis und eine Einsicht in ihre eigenen Emotionen und Motivationen, was sie von Narzissten unterscheidet, denen diese Selbsterkenntnis fehlt. Narzissten, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Überzeugungen zu verstehen, haben oft Schwierigkeiten, ihre Gedanken kohärent zu artikulieren und verlassen sich ausschließlich auf ihre charmante, aber trügerische Fassade. Sie wenden verschiedene Taktiken an, um ihre vermeintliche Überlegenheit aufgrund ihres fragmentierten Selbstbewusstseins zu unterstreichen. Narzissten tun sich schwer damit, ihre Gedanken und Gefühle wirksam auszudrücken. Umgekehrt artikulieren Sigma-Empathen selbstbewusst ihre Überzeugungen und Bestrebungen, unterstützt durch logische Argumentation und Klarheit. Ihre Fähigkeit, sich präzise auszudrücken, erhöht ihre Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit in Diskussionen und Auseinandersetzungen. Sigma-Empathen können ihre Sichtweisen und Absichten wirkungsvoll vermitteln, was sie als vertrauenswürdige Personen auszeichnet. Nummer 6 – Die unabhängigen Sigma-Empathen In einer Welt der Co-Abhängigkeit, in der die Waage aufgrund der Manipulation der Opfer zugunsten der Narzissten ausschlägt, treten die Sigma-Empathen als unabhängige und unverwechselbare Individuen hervor. Diese neu entdeckte Unabhängigkeit verunsichert Narzissten und offenbart die Schwäche, die sich hinter ihrer charismatischen Fassade verbirgt. Trotz ihrer nach außen hin dominanten und überlegenen Persönlichkeit verlassen sich Narzissten unbewusst auf die Stärke von Sigma-Empathen. Was denken sie über das Potenzial von Narzissten, Sigma-Empathien auszunutzen? Narzissten benutzen andere als Spielfiguren, um ihre Wünsche zu erfüllen, und ziehen ihre Macht aus der Abhängigkeit, die sie kultivieren. Wenn sie jedoch mit dem Widerstand eines Sigma-Empaths konfrontiert werden, der sich weigert, sich zu fügen, kommen die tief verwurzelten Unsicherheiten des Narzissten zum Vorschein, und das Schuldspiel beginnt. Sie haben miterlebt, wie sich der Sigma-Empath in ein einzigartiges Individuum verwandelt hat, und sind sich ihrer eigenen Abhängigkeit von ihm sehr bewusst geworden. Der Narzisst gerät in einen Rausch, weil er den bevorstehenden Weggang des Empathen fürchtet. Könnte dies den Narzissten dazu treiben, einen neuen Ermöglicher zu suchen, der verzweifelt versucht, die Lücke zu füllen, die der unabhängige Sigma-Empath hinterlassen hat? Nummer 7. Verantwortungsbewusste Sigma-Empathen Sigma-Empathen besitzen eine einzigartige Kombination aus Selbstvertrauen und Einschüchterung und lassen ihre eher zurückhaltenden Gegenspieler oft mit ihrem hohen Intellekt und ihrer vertrauenswürdigen Art in Ehrfurcht erstarren. Empathen schrecken nie davor zurück, direkt und wahrheitsgemäß zu sein. Aber können sie Narzissten, die Meister der Manipulation, ausmanövrieren? In der Tat müssen sich diejenigen, die sich in der Umlaufbahn eines Sigma-Empathen befinden, darauf vorbereiten, die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen. Die Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit eines Sigma-Empaths schaffen eine Atmosphäre, in der Verantwortlichkeit unvermeidlich ist. Wenn ein bedrohter Narzisst versucht, seine Missetaten zu verbergen, konfrontiert ihn ein Sigma-Empath furchtlos damit und fordert die Anerkennung seines Verhaltens. Wenn Egos aufeinanderprallen und zerbrechliche Fassaden zerbrechen, steigen die Spannungen, und die Situation kann sich verschlimmern. Aber seien sie versichert, dass die Sigma-Empathen unerschütterlich entschlossen sind. Sie werden in ihrem Streben nach Ehrlichkeit und Gerechtigkeit nicht nachlassen, unbeeindruckt von den Versuchen des Narzissten, sein Ego zu retten. Nummer 8. Wertschätzung von Grenzen und Distanz. Die Bedeutung von Grenzen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sigma-Empathen verstehen die Notwendigkeit, Distanz zu wahren, insbesondere zu Personen, die ständig nach Selbstdarstellung streben. Indem sie sowohl physische als auch emotionale Distanz bevorzugen, schaffen Sigma-Empathen eine Barriere, die den Narzissten daran hindert, ihre Gedanken und Handlungen nachzuvollziehen. Während Narzissten von der Nähe zu ihren Opfern profitieren, verfolgen Sigma-Empathen einen anderen Ansatz. Sie mögen in sozialen Situationen ein angenehmes und taktvolles Verhalten an den Tag legen, aber sie wehren sich gegen potenzielle Angreifer und Manipulatoren, die ihnen schaden wollen. Mit einem ausgeprägten Bewusstsein für die Notwendigkeit persönlicher Grenzen schützen Sigma-Empathen ihr Wohlbefinden vor übergriffen. Nummer 9 Unverwüstlicher Optimismus der Sigma-Empathen Sigma-Empathen besitzen einen unerschütterlichen Optimismus, der es ihnen ermöglicht, ungünstige Umstände mit Anmut zu überwinden. Sie verstehen, dass das Leben nicht immer so verläuft, wie sie es erwarten, und anstatt sich mit Rückschlägen abzufinden, wachsen sie über sie hinaus. Diese Eigenschaft ermöglicht es Sigma-Empathen, schnell voranzukommen und sich in verschiedenen Bereichen auszuzeichnen. Je mehr eine Person die Misshandlung eines Narzissten toleriert, desto tiefer verstrickt sich der Narzisst in seinen Klauen. Doch Sigma-Empathen weigern sich, sich an eine solche Giftigkeit zu ketten. Interessanterweise begreifen Narzissten oft nicht, dass Sigma-Empathen die Macht haben, sich ihrer mühelos zu entledigen, sobald ihre wahre Natur enthüllt ist. Kann ein Narzisst sein Fehlverhalten wirklich eingestehen? Die Anpassungsfähigkeit von Sigma-Empathen ermöglicht es ihnen, in sich zu gehen, an ihren Fehlern zu wachsen und innere Ruhe zu erlangen, was sie von Narzissten unterscheidet. Wenn Narzissten beobachten, wie Sigma-Empathen mit Anstand aus Beziehungen aussteigen, verstärken sich ihre eigenen Unsicherheiten. Dies kann dazu führen, dass Narzissten fälschlicherweise annehmen, dass Sigma-Empathen die gleichen egozentrischen Tendenzen haben wie Menschen, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Nummer 10. Einsichtige Entscheidungsfindung von Sigma-Empathen Während Narzissten mit zunehmendem Alter ihre kindlichen Eigenschaften stärker ausprägen, entwickeln sich Sigma-Empathen zu klugen und reifen Erwachsenen. Sie sind gut gerüstet, sich auf die Gedankenspiele einzulassen, die Narzissten oft spielen. Sigma-Empathen verstehen, dass je mehr Schaden ihnen von Narzissten zugefügt wird, desto größer ist die Gelegenheit zur Selbstbeobachtung und zum Wachstum. Narzissten haben keine Skrupel, Sigma-Empathen Lügen, Betrug, Beleidigungen und mehr zu unterwerfen. Doch mit jeder Erfahrung wird der Sigma-Empath gelassener und erkennt das Fehlverhalten des Narzissten. Mit der Zeit fallen Narzissten in einen eher jugendlichen Zustand zurück. Indem der Sigma-Empath die parasitäre Natur seiner Beziehung zum Narzissten durch diese Prüfungen erkennt, reift der aufrichtige Empath beträchtlich und verfeinert die Fähigkeit, sich schnell an neue Situationen anzupassen. Vielen Dank fürs Zuschauen!